Wenn ihr heute gut aufpasst, kann das heissen, dass ihr morgen gut spart. Bei GOP ist Coca-Cola jetzt in einer praktisch unzerbrechlichen Mehrwegflasche erhältlich. Viel leichter als Glas und erst noch mit mehr Inhalt. Rund 20 Mal kann man so eine Flasche neu abfüllen und anschliessend problemlos wiederverwerten. GOP Ökoplan. Ist doch besser, man spart bei der Verpackung statt am Inhalt, oder? Alle, die ein besonders schmackhaftes Brot schätzen, empfehlen wir zur Abwechslung das gesunde Viersaatenbrot. Es ist morgen bei GOP zum Aktionspreis von nur 1,50 Euro erhältlich. Also, dann sehen wir uns morgen. Spart gut!